Links sind Mehrfamilienhäuser in Reihenformat. Ne, guck mal hier. Tiefflieger. Boah. Gut, das wird's filmen. Der hat den Turm verfehlt. Angriffsflug auf den Turm. So was aber auch, ne? Ne. Das war ja wohl unverschämt tief. Das muss ich melden. Da hat man mal wieder gesehen, er wollte da, aber er ist zu hoch gewesen. Da muss ich hinterher gleich alles kontrollieren. Das war ne Transall. Wahrscheinlich gekidnappt, so dass er nicht so ablaufen wird. Macht er einen Angriffsflug auf diesen Reifeisentoren. So was. Unglaublich.